Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. So ihr seht im Anschluss jetzt wieder ein Display Case von Pokémon, was wir im Stream geöffnet haben. Wenn euch das Ganze natürlich gefällt, gebt den ganzen Daumen hoch. Ich habe einige Display Cases, dann weiß ich halt einfach so, ob ihr das feiert, ob ihr das nicht feiert. Ob ich die anderen Sachen auch hochladen soll, so die nächsten Tage. Wäre für mich keine Arbeit. Ich muss es einfach nur, ja, im Stream, einfach, ich muss es einfach nur hochladen. Also es ist für mich keine Arbeit. So deswegen einfach mal Feedback da lassen in Form von Daumen hoch oder halt eben nicht. Würde mich freuen. Falls ihr es noch nicht getan habt, gerne natürlich ein Abo da lassen. Wie gesagt, Pokémon Content kann auf jeden Fall regelmäßig gebracht werden. Am Sonntag, schau mal jetzt die Ankündigung, nee, also diesen Sonntag wird wieder auf Twitch, unten auch verlinkt, Live-Openings gemacht von noch ein paar Boxen. Im Hintergrund sieht man die, glaube ich, da hinten. Da haben wir noch ein paar Boxen, die werden auch geöffnet, live dann gegen 16 Uhr, schätze ich, so 16, 17 Uhr. So, um den Dreh. Ich sage erstmal 16 Uhr, steht dann alles im Discord. Viel Spaß beim Video, bei den Packs und wir hören uns. Also, ihr hört mich gleich, aber ich höre euch nicht, weil ich höre euch halt, ich lese euch. Viel Spaß, viel Spaß, viel Spaß. Ich glaube nicht. Du kannst Leute blockieren. Ich weiß aber nicht, ob dann die Nachrichten, aber ich glaube nicht, dass man Mods einfach blockieren kann, oder? So, ey, okay. Guck mal, das sind die Neuen, also rechts sind die Neuen. Ich fall an. Da ist 100%ig, ich fühl das, weiß nicht. Ey, guck mal, schau mal vor, die ganzen Hips sind hier drin. Das wäre voll kacke. Das wäre richtig kacke. Das wäre richtig scheiße. Aber manche stehen auf Clash, der dir beendet richtig. Ja, okay, aber ich nicht. Das ist nicht komplett unbelebt. Nino? Nein, nein, nein. Spaß. Alter, du Wichser. Ich hoffe, das war ein Anti, du musst die Höhe halten. Egal, war eh nur die hier. Guck mal, ganz wichtig, Energiekarte. Da war was. Da war nichts, da war nichts. Du hast nichts gesehen. Ich habe was gesehen, Jungs. Können wir das irgendwie so drehen, dass Nino das nicht sieht? Ich habe es gesehen. Ey, ich kriege das nicht hin. Wie kann man die halten? Einfach halt so und dann runterziehen. Einfach mit einem Finger. Du musst einfach die Einfingertechnik machen. Ich merke schon, die Einfingertechnik. Ganz ruhig da, glaube ich. Bisschen Schneider, die kennen wir alle schon so. Scheiße. Oh, komm mal bitte. Oh, das ist süß. Das sieht sich echt süß aus. Alter. Das möchte ich mir auch mal gucken. Oh. Das ist echt ganz süß. Warti. Komm, jetzt direkt hit. Ganz bitte, direkt hit. Oh. Yo. Digga. Erste Box direkt hit. Ey, ich sag dir, das ist mein Glück. Jungs, einfach. Alter, es ist mir so richtig wahr. Aber direkt. Ah. Benutzt mal drei Finger. Benutzt man. Also drei Finger. Also die Frau ist auch nicht schlecht. Daniel. Daniel, das ist. Das ist. Ich leg die mal auf meinen Haufen. Jungs, wir haben schon zwei Goldkarten. Also. Ja, das fängt geil an. Das kann. Das kann nur noch schlimmer werden. Ja, sag das nicht. Ich hab Clash der Rebellen hier. Lass mal, sollen wir erst die Clash der Rebellen scheiße aufmachen? Ich bin 20. Du hättest, du hättest, okay, wusstest du das immer? Du hättest dir raten lassen müssen. Es hat schon jemand, mein Kumpel von mir, also real life Kumpel, hat mir so direkt danach geschrieben, so, als ich das Video hochgeladen hab. Ey, dein kleiner Bruder sieht aber älter aus als du. Weil er hat einfach so Bartwuchs hat und ich nicht. Und ohne Scheiß, den hab ich mir vor drei Tagen erst rasiert, ja. Richtig ätzend. Ja, ich brauch so. Ich hab einen Hit gesehen. Ja, ich komm immer noch nicht viel damit, wie ich die halten muss. Warte mal, das sind die Clash der, ich hab keinen Bock die später auszusortieren. Ich mach die so. Guck, guck, zwei Finger Taktik, immer beste. Boah, Balmon ist so hässlich. Das ist so geil. Ich find das so scheiße, das Finder. Ich feier das. Monte Carlo übrigens. Also, ist ne Holo, ist ne Holo. Zähle ich als Hit. Für mich ist das ein Hit. Boah, die sind auch geil. Die sind auch ganz nice. Die sind cool. Ne, ist wirklich geil. Ich find die neuen Pokémon auch eigentlich ganz nice. Also, auch geht's. Warte, jetzt mach ich die erstmal so, ne. Dass die auch wirklich hier so zu sind, damit man auch wirklich nichts sieht. In Hoffnung. So, bei mir ist der Chat jetzt viel angenehmer auf den Dany. Der arme Daniel, ey. Daniel wurde halt so... Ich erlobte sich jedes Mal. Nein, Moment. Aber Daniel wurde immer selber gemobbt, weißt du? Und jetzt kann er endlich zurückschlagen. Tauros ist cool. Tauros ist richtig geil. Aber hat das eine Entwicklung? Tauros hat keine Entwicklung bekommen bis jetzt, ne? Ich glaub nicht. Mein Gott. Wollte aber irgendwann mal. Animos, ne. Prisonnix. Kapono. Hä? Ist das... Das ist Flamme de Finsternis, oder nicht? Ist das Clash der Rebellen? Ne, das ist Flamme de Finsternis. Flamme de Finsternis, ja. Okay, okay. Hab ich mich jetzt hier grad mit dem Set vertan. Ach scheiße. Keine Ahnung. Leg die einfach zusammen. Ist egal. Nein, jetzt hab ich sie noch. Ich hab sie noch in... Ja, ich hab sie. Hier, warte. Kommt drauf an, wofür du die Finger benutzt. Wow, immer. Wow. Du machst einfach links auf und ich mach die anderen auf. Ja, ja, können wir so machen. Also ich mach die Scheiße auf und du machst die guten auf, so. Wow. Darum geht's. Ich hoffe, dass da halt... Also ich hab gesehen, dass die 2-Pack-Blister voll kacke waren für die meisten. Ja. Also ich hab bisher ziemlich Glück gehabt für dich. Ja, ja. Ich mein, okay, wir haben jetzt überhaupt noch gar nichts geöffnet und ich hab direkt schon eine Goldkarte, ne? Eben. Also so aus einem Display kriegt man halt dann eine höchstens. Ja. Warte mal, das ist jetzt... Ne, man kriegt mindestens eine. Also eine ist garantiert, aber... Ob du noch eine zweite bekommst? Boah, das wär geil, Jungs. Das wär nice. Oh. Atrey, willkommen. Na? Wie geht's, wie geht's? Wuvuzela. Die hatten wir schon Mottipod? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, ne. Ne, ne, ist neu. Aber ich mein, juck. Da ist was drin. Ich höre, da ist was drin. Ich höre, da ist was drin. Da ist was drin. Da ist was drin. Eigentlich müsste ich die Karte jetzt... Da ist was drin. Eigentlich müsste ich jetzt doppelt machen... Mach schnell, mach schnell. Nein. Das ist was drin. Ah, leider nichts mehr, ne? Oh mein Gott, wie süß. Das ist so süßes Lavita. Das ist was drin. Oh, oh, was? Was ist das denn? Oh mein Gott. Wie hässlich. Wie hässlich ist dieses Vieh, bitte? Alter, what? Flunschhit. Das kannst du aber gerne einhören. Das ist ein Flunschhit. Alter, okay. Es ist ein Hit, aber es ist halt ganz schön hässlich so. Aber es ist ein Hit. Hit ist es. Wenn du das Pack verprügelt, steigert es die Chance um 0,1%. Ich habe gehört, wenn ich das Pack vorher durchschneide, steigert es die Chance. Ich sag nicht durchschneiden. Ich weiß, wo du bei mir aufgerissen hast und dabei einen Teil der Karten durchgerissen hast. Und scheiße, ich weiß nicht, wann das war, aber ich war so froh, es waren wirklich nur unsiltene Karten. Stell dir mal vor, ich reiße einfach Glurak in zwei. Das war, glaube ich, von Schimmernde Legende ein Set. Ich hätte geweint, wenn da irgendwas drin gewesen wäre. Am besten so schimmerndes Raycrasa oder so. Junge, nee. Es gibt auch so Videos, wo Leute so Gluraks durchschneiden, die so einfach so 1000 Euro wert ist oder so. Und die säbeln die einfach. Wir machen demnächst auch Videos, wo wir Geld verbrennen. Oh, okay. Wieder ein Hit. Geil. Also ich meine, das ist jetzt aus dem alten Set, so da will ich die Hits eigentlich nicht haben, aber... Das kommt auf meinen Stapel. Ich beschwere mich nicht. Das ist eigentlich ganz gut, oder nicht? Das ist ganz geil. Ich habe das schon mal einen. Wir haben jetzt schon drei Hits aus diesen Blistern bekommen, ne? Also ich weiß auch nicht, wer sich da beschwert, aber... Ja, ist ja Glückssache, ne? Ja, klar, aber ich... What the fuck? So, wir fangen an. So eine Goldkarte, zwei Wii und eine Holo. Wir haben das noch alles übrig, ne? Das ganze Teil ist noch voll. Boys. Ich werde reich. Ich verkaufe die Sachen einfach und dann nächste Woche direkt nächstes. Kann man machen. Hatten wir das schon? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, hatten wir, hatten wir, hatten wir. Aber juckt ja auch. Das hatten wir hundertmal. Ursa Ring, wie Teddy Ursa sich in so Ursa Ring entwickeln kann, ist halt so... So niedlich und dann wird er einfach so hässlich. Genauso wie dies viel. Okay, das ist immer hässlich. Oh, da kommt ein Sub rein. Oh, Q, QE, Schnuggi. Einfach der nächste Sub an Ömer. Warum an Ömer? Da gibt es so ganz viele andere, so quatschliche Leute im Chat. Und er gibt an Ömer. Mann. Spaß. Spaß immer. Alter, dankeschön, dankeschön. Hatten wir da schon? Mehr, ich glaube nicht. Das ist einfach so nervig in Pokemon Go immer gewesen. Einfach so ein fucking Deto. Alter, da kommt noch was? Einfach ein Trey? What the heck, Qubi? Chill mal ein bisschen. Also, ich meine, wir haben das Geld gleich wieder raus. Macht mal weiter. Dankeschön, vielen Dank, Mann. Vielen Dank. Weißt du, der sagt zwar so, ne? Macht mal nicht so. Aber in Wirklichkeit denkt er sich so, macht weiter, ey. Macht mehr. Ja, na, bei Qubi nicht. Oh, geil. Ich denke, da immer wieder. Jetzt hau den Hit raus. Na, okay. Alter, was ist das denn? Richtiger LKS halt. Komplette LKS. Ich habe ihn gerade schon im Chat gesehen. Spaß, moin, moin, moin. Hast du irgendwas geschrieben für euch schon? Oder war das jetzt das Erste? Ach so, hallo? Warte mal, er kommt einfach in den Chat rein. Er schreibt nicht hallo oder so, wie andere das machen. Hallo, wie geht's oder so. Sondern kommt direkt und verleidigt dir meinen Lieblingsmenschen im Chat. Was heißt, er hat schämlich geschrieben, aber ist fast verleidigend. Schämlich, ja. Ich habe heute einen Fall Guys gewonnen. Ja, wow. Ich habe schon zweimal gewonnen. Ich habe das Spiel erst zweimal gespielt. Stell dir vor, ich bin gestern einen Fall Guys in die zweite Runde gekommen in Italy. Ey, wir können heute übrigens socken, wenn ihr Bock habt. Ich habe eigentlich Bock. Später. Wir haben heute Sonntag, ne? Jo. Sonntag. Ist das ein anderes Artwork? Das ist ein anderes Artwork. Jo. Aber, oder, oder ist das im anderen Set? Noch, vielleicht haben wir auch noch nicht. Ist das, ah, lol, weil ich, weil ich das andere, das ist hässlich. Also, das ist wirklich hässlich. Ich werde immer hässlicher. Das ist halt wirklich hässlich. Das ist, irgendwie, das würde ich einfach wegsnacken. Sieht, ja, ich wollte gerade sagen, sieht weg aus. Sieht einfach so aus wie so ein Erdbeerquark, also Quark mit so Erdbeeren drauf. Da sind sogar Erdbeertorten. Geil. War das der, das war schon, okay, das war schon das Ding. Ich verpasse das immer. Vielleicht mache ich auch Kartentrick. Oh, der Necco, cool. Also, isst du dabei? Mach mal, mach mal, mach mal, mach mal Mund zu. Beim Essen. Nein. Man redet nicht beim Essen. Aber ich mag es auf deine Kartentisch spucken. Vor allem, wenn es Hits sind. Kann mir jemanden Biwax kaufen. Wunderbar sogar günstiger gemacht, Ömer. Weißt du? Ja, ich würde gerade sagen, ne? Wunderbar günstiger gemacht und der bettelt trotzdem ja noch drum. Und ich habe es nicht mal mitbekommen, also ich spiele das Spiel an. Moin, moin, moin. Geil 50 Euro, hä, wie? Warte mal. Oh mein Gott. Ah, lol, okay. War das der Hit? Du machst immer einen Kartentrick. Ich mache schon mal das nächste auf. Oh mein Gott, klepp die Fuchs. Hässlich, wie scheiße. Das ist, oh mein Gott. Daniel, hast du das gehört? Das darfst du nicht sagen. Das darfst du wirklich nicht sagen. Okay, es ist wunderschön. Guck mal, sind da kleine Babyf... Ne, das ist... Ja, ich habe da nicht richtig draufgeschaut. Aber stimmt, das... Sind das kleine... Der Hintergrund, den finde ich cool. Mit den zwei zusätzlichen. Ja, jetzt kannst du nicht mehr retten. Fuck. Fuck. Das sieht einfach misslungen aus. Das sieht aus, als wenn da irgendwie der Praktikant gab. Ehrlich, also... Oh, das... Aber einige Dinger sind auch einfach wirklich komplett hässlich. Na, aber die Kamera ist geil, Alter. Das ist voll gut. Guck mal, wie das im Hintergrund so... Das ist mega nice. Was ist das für eine Gen? Äh, ist gemischt. Also, die sind meistens von den älteren Dinger. Aber ich glaube, hier... Ja, keine... Ist halt generell voll durchgemixt, ne? So, relativ durchgemixt. Welche... Bis wann hast du denn geguckt? Oder welche kennst du noch? Du hast doch gar keinen... Hä? Ich dachte, Lukas, du hast gar keinen Pokémon gespielt oder so. Oder halt gar nicht... Halt... Erlebt. So, die Phase. Scheinung. Also, keine Kindheit gehabt, im Endeffekt. Aber... Magma. Fuck, das ist auch total hässlich. Geht. Ich finde das total hässlich. Ja, okay. Ist schon nicht so hübsch. Ey, sorry, aber... First-Gen Magma sieht besser aus. Oh, Arkani... Alter, warum... Hat Arkani... Arkani hat noch gar keinen richtigen... Arkani ist richtig geil. Das so als... Als Goldkarte oder so, das wäre eigentlich ganz nice. Würde ich schon feiern. Skaraborn auch nice. Das stimmt. Ja, vierte Gen ist echt geilste gewesen. Ah, ich finde zweite Gen... Alle sagen zweite Gen richtig geil, aber ich fand zweite Gen voll kacke. Also, mir fällt da... Zweite Gen... Was gibt es da für geile Pokémon? Despotar? Ja. Lo-O-Lugia? Ja. Ho-O. Ne, warte. Nachtara, Psiana? Ja. Aber das war es halt auch schon so. Ich verstehe nicht, warum alle so die zweite Gen so richtig halten. Ich finde, die vierte, die ist einfach die geilste gewesen. Und vierte war nice. Fünfte? Ah, dritte war auch ganz cool. Fünfte war schwarz-weiß, oder? Fünfte war schwarz-weiß, ja. Die war auch noch geil. Zumindest das Pokémon-Spiel, das war richtig geil. Das war von der Geschichte her auf jeden Fall am meisten. Platin war auch richtig geil. Ich weiß ja noch, wo die hier... Das Glücksspiel haben die ja rausgenommen aus den neuen Spielen. Bei Platin konnte man ja noch Glücksspiel machen. Das haben die einfach entfernt. Tauros in Reverse, cool. Cool. Und ein Grabbit, Alter, wie hessisch. Einfach Grabbit, weißt du? Einfach Grabbit, so. Ich finde so viele Pupen und so hässlich. Ich verfolge... Also ich zocke jetzt die neuen Editionen jetzt so gar nicht mehr, ne? Ich bin ja jetzt raus wegen Switch und so. Habe ich mir noch nicht gekauft gehabt. Ja, also ich habe eine Sünde begangen, aber... Switch haben voll viele nicht gekauft. Ich habe einfach gar keinen Bock auf. Also Sonne und Mond war schon echt enttäuschend, so angezockt. Sonne und Mond war scheiße. Habe ich angezockt. Ich kam auf diesen 3D-Stil überhaupt nicht klar. Sonne und Mond war... Das ist eine Goldkarte, ich schwöre, ich habe es gesehen. Ich sehe es immer noch, weil ich das nicht... Och Mann, Nino! Ich glaube, das ist eine Goldkarte. Was? Halt aus... Jungs... Das ist mein Booster. Alter, das ist halt aus dem Kack-Set, ne? Das ist mein Booster. Ich hoffe, die Motte. Bitte die Motte. Oh, jetzt ist doch keine Goldkarte. Es ist eine V-Mex, okay, keine Goldkarte. Aber... Warte mal, haben wir den nicht gerade auch schon in der anderen Form bekommen? Ja, jetzt hast du V und V-Mex. Aber das finde ich cool. Das ist auch mein Starter gewesen. Weil... Weil Intelion intelligent und das passt... Hatte größte Inf-Werte, also die besten Inf-Werte zum Teil auch, ne? Ich glaube schon, ja, von Speed ist es am schnellsten. Aber ich meine, ist ja bei den Punkt und Karten scheißegal, so. Doch. Ne? Ähm, Hardgolds for Silver sind die Besten mit Platten. Hardgolds for Silver, ich finde... Also, ich verstehe, okay, Haki hat auch gesagt, er war 18 Orden, aber ich finde 16 Orden. Digga, 8 x 2 ist 16, aber fast 16 Orden. Also, ich würde auch sagen, Taurus-Fleisch ist am geilsten. Vor allem vom Züchter, so, oder vom Bauernhof. Toxipad. Diamant und Perl, die schlimmsten von Diamant und Perl waren geil. Alleine schon, dass man im Untergrund so dieses... Ja, wo wir uns die ganze Zeit bekriegt, da... Ja, wo wir uns die ganze Zeit bekriegt, Flaggen klauen, das war total witzig. Stimmt, stimmt. Ich fand Diamant und Perl ganz geil. Platin war nice, so. Boah, was ist das? Sonnfeln? Nein, aber guck dir mal in den Hintergrund. Kennst du noch den Orden, wo man gegen Sonnfell und gegen Lunarstein... Das war, glaube ich, Smaragd, also Rubin, Perl, sag ich, Rubin, Saphir, Smaragd, siebter Orden. Ist mein Bruder, ja, ja, ist mein Bruder. Ich bin die Freundin. Eine sehr männliche Freundin. Ja, Freundin mit mehr Bartwuchs als ich, aber ich glaube, das ist auch nicht so schwer, so. Oder gehen wir weg mit Mathe. Ja, Digga, aber 8x2 ist halt echt nicht so hart, ne? Ich schmeiß die Karten schon weg hier. War da nix? Ja, da waren wir wieder ein tolles Firavagd. Ich bin hier so am Sweaten, ne? Es ist halt so eklig. Ich würde gerne über uns... Wulpix, wie süß! Wulpix, nice. Gibt's hier wohl Nuna in... Gibt's in V, glaube ich, in Zettner? Ich glaube schon. Let's go. Oh, Rennt heißt geil. Let's go. Na, Alter, Mann. Die sind halt wirklich... Die sind kacke. Aber so, zweite Gen, welche geilen Pokémon gibt's in zweiten Gen? Könnt ihr mir irgendwelche guten Pokémon aus der zweiten Gen nennen? Desportar, Lugia, Ho-Oh, Siananachara. Ich hab gerade eine Karte gesehen, die meine Freunde vielleicht mögen wird. Ja, gut. Zum Glück ist es meine. Ne, Spaß. Die klau ich mir. Als ob wir die nicht nochmal ziehen, halt so. Das ist halt eh. Oh, das war's drin. Das war's drin. Das ist ein Hit. Das ist ein Hit. Ich öffne schon mal, das ist ein Hit. Das ist ein Hit. Wenn das jetzt nix ist, ne? Dann... Das... Das muss was sein. Sorry, das war's, aber... Also jetzt hier schon mal für meine Freundin. Äh? Die mag... Ehrlich? Das findet die gut? Inferno-Ped, so Insekten-mäßige Viecher. Ich find's voll toll. Ja. Meinst du, die gucken gerade zu? Ja. Mach mal Schluss. War auch gerade... War hier gerade auch Toxiped. Wurde gerade geschrieben. Äh, ich glaub über Lukas, also ein kleiner Bruder vom Account. Die sitzen nämlich nebenan. Wow. Wenn deine Freundin Bartfuchs hat, dann macht das weniger Spaß. Hast du Erfahrung oder was? Hast du Erfahrung? Oh, Faye! Na? Na? Was geht? Was geht? Oh, shit. Bist du auch Pokémon-Fanboy oder was? Wahrscheinlich nicht. Du bist nicht cool genug, glaub ich. Mach aber ja, easy. Pokémon 4, Yu-Gi-Oh! Das... Ja, das schon, aber... Aber Yu-Gi-Oh! war auch schon ganz geil. Mautzinger, okay, hier ist nichts drin. Mautzinger find ich total scheiße. Rest hat dir auch nicht cool, aber... Aber keine Ahnung, irgendwie ist so das Ding so... Alles, was hier kein Hit ist, so die ganzen anderen Karten ist voll scheißegal. So, ne? Ist halt einfach irgendwie bulk. Ne? Du, benutzt keiner. Äh, willst du mir vielleicht mal deinen Müll geben? Hä, immer. Also, ja. Man darf dem immer hinterher... Oh, mal drücken, Leute. Was für Insider denn? Das... Ja, Despoter. Habe ich schon gesagt, Despoter oder nicht? Was denn? Das ist... Zweite Gen, das ist... Zweite Gen Despoter. Aber so, das war es halt. Despoter ist zum Beispiel jetzt hier auch in... in dem neuen Set drunter. Ja, ja, stimmt, stimmt. Flammende Finsternis. Das habe ich... Das hat meine Freundin aufgezogen für mich. Also, ich bin richtig glücklich. Oh, das... Das, okay, okay. Ich habe es gesehen, ich habe es gesehen, ich habe es gesehen. Oh, ich habe voll Glück in der Box. Ich bin voll... Die ist voll gut. Warum habe ich die nicht genommen? Du, die Box ist richtig geil. Das ist so... Aber ich habe... Scheiße, weißt du, was das Problem war? Ich habe sie für dich ausgesucht. Ja, ist meine halt. Das war das Problem. Das ist schlecht gehabt. Ich habe einfach alle Hits... Scheiße, ey. Alle anderen sind halt kacke dann jetzt, ne? Oh, geil, ne. Ne, nicht X-Butt-V. Die ist so viel wert, ne? Die ist so viel wert, weil die spielbar ist in Turnieren. Also, ähm... Die ist so viel wert. Ich glaube, ich habe die Box halt einfach legit damit raus, ne? Ich habe die raus damit. Warte mal. Jungs. Die lasse ich mal verschwinden. Ich habe legit die Box raus damit, weil die Karte so viel wert ist. Ey, wie viele... Wie viele haben wir jetzt noch übrig? Wie viele sind in einem... Jo, guck, guck jetzt. Ich haue jetzt ja auch noch einen Hit raus. Warte, fuck. Ich habe das Geld halt einfach easy instant raus. Ich verkaufe die Karte instant. Weil die halt turnierbar... Turnierbar spielbar ist. Ja, Turnier spielbar. Ist da was drin? Ist das ein Hit? Nein, gar nicht. Nein, nein. Leider nicht. Aber ich kann mich auch nicht beschweren. Das Display ist insane. Oh mein Gott, da ist noch ein Hit drin. No way. Wir brauchen voll lange, ne? Wir sind schon eine halbe Stunde dabei. Erst das erste davon. Ich glaube, wir teilen das wahrscheinlich auch und machen nächste Woche oder so weiter. Also, das will ich alles machen. In zwei Wochen haben wir mega nett. Deine Freundin hat generell mehr Haare als du. Das stimmt. Ich habe auch längere Haare. Aber ich hatte auch mal so lange. Also, ich hatte halt auch mal... Das stimmt. Der Nuno hatte auch mal früher lange Haare. Dann hat er sich die kurz geschnitten. Ich hatte die einmal in der zweiten Klasse, oder erste Klasse, hatte ich mir einmal kurz geschnitten. Dann nie wieder. Ich war so richtig... Das war für mich viel zu Ork-Board. Das ging gar nicht klar. Und seitdem habe ich mir die jahrelang nicht geschnitten. Aber dann durch... Ja. Ich bin der Einzige halt bei mir in so einer Familie, der kurze Haare hat halt so. Der ist eben die Enttäuschung so. Wir haben halt... Also, wir sind halt zu viert so. Ich habe noch drei Brüner und die haben alle lange Haare. Und ich bin der Einzige mit kurzen. Sorry. Der Panzer Aeron ist cool. Cool. Petsnief ist einfach zu geil. Ich finde das... Aus Petsnief wird ja auch dann die Entwicklung. Das ist ja wie bei Ursaring. Ja, wie heißt das? Ja, stimmt. Ich habe den Namen vergessen. Da denkst du, oh, wie kann so ein süßes Pokémon sowas werden? Boah, das guckt so richtig... Das guckt so richtig... Ist da ein Hit drin? Ich habe noch nichts gesehen. Da ist nichts drin. Ne, okay. Das finde ich aber cool. Ich mag Botteros. Das war auch vierte Gem. Das fand ich auch richtig cool. Wie viel Geld hast du für den Kack ausgegeben? Sag mal, so antworte ich schon gar nicht mehr, Faye. Hab mal ein bisschen Respekt hier vor der Kunst. Das ist kein Kack, ja. Das ist Kunst. Ich weiß, so letzt... Hier. Äh, äh, Schwertschild. Erst, also ne, das erste, das erste Set daraus. Habe ich erst mal Goldkarte damals hinterher, glaube ich, bekommen, ne? Für 100 Euro verschickt, ja? Das habe ich gemacht. Sofort wieder rausbekommen. Also, wenn du das richtig machst und damit richtig umgehst, dann kannst du damit halt Ledged sogar Profit machen und das machen einige. Ey, guck mal, da will jemand blockiert werden. Also bei der Box, eine Box kostet 43 Euro, ich habe die bekommen und die ist halt einfach wahrscheinlich sogar schon, holt das Geld halt raus, so. Ne, aber es geht ja eher so um Spaß, so andere ballern das halt rein in Alkohol und Drogen und ich baller das rein in Karten und Alkohol und Drogen, so. Schick, ja? Die haten, ey. Ehrlich, Alter. Nimm uns das schwarze Schaf. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt echt. Wobei, du wenigstens bist du Pädagoge geworden. Ja, geht. Also passt du zur Familie. Aber warte mal, das war schon der Hit. Xerox. Wow. Das war der Hit. Ey, wie du immer den Hit überspringst. Ja, es glänzt halt nicht so und dann ist halt für mich irgendwie... Hau mal Familienfoto rein. Ich habe, glaube ich, nicht mal eins auf dem Dingens. Ne, Starter, zweite Gen sind scheiße, ne. Endivius süß, aber... Guck mal, das. Die hast du in Gold, ne? Ja, die habe ich in Gold. Kanimani ist okay. Und Feueregel ist süß, aber halt auch nicht krass so. Irgendwie... Ich überlege gerade, ne. Du willst ja sowieso hier nicht behalten, die Codes hier, ne? Ja. Für die, die dir doch rein theoretisch, wenn welche hier zocken, können wir dir doch einfach rein theoretisch von dir einfach umdrehen, ne? Oder du gibst mir die. Ich handel damit, oder? Oder ich verschenke die. Du kannst die auch benutzen, so. Also mir ist das Latz. Was ist damit passiert? Das schenke ich meiner Freundin, sobald die Geburtstag hat. Weil die mag... Oh ja, wahrscheinlich. Einfach so von mir die Sachen so. Oh scheiße, die guckt ja zu. Ich finde das hässlich. Das ist halt auch kacke. Aber ich glaube, okay, okay, jetzt. Aber das, wir haben schon echt gut Sachen ausbekommen auf dem Display. Warte, wie viele sind da jetzt nochmal drin? 24 Booster, ne? Ja, ja. 24 Booster, überleg mal. Okay, gehen wir mal gleich durch. Der Mod-Status hier wurde generell sehr verbessert. Warum? Weil Daniel Mod ist, oder was? Bin ich eigentlich auch Mod? Ich glaube, du hast mich letztes Jahr oder so zum Mod gemacht, ne? Ich weiß, ich glaube nicht. Wahrscheinlich auf YouTube. Amayatal, Dankeschön für den Follow. Habe ich das richtig ausgesprochen? Hoffe ich schon. Hoffe ich schon. Ach, lol. Echt? Dann hat sie sich gerade echt... Als ob die jetzt erst followt. Ja, hallo, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt followe. Meistens gebe ich die Dislikes. Geht auf Twitch nicht. Das ist halt das Geile. Auf YouTube aber... Ah, Relaxo! Oh, das ist ein bisschen schade. Aber warte mal, warte, warte, warte. Ist das Relaxo auf Diät, oder warum ist da so wenig Essen? Das ist echt, das sieht ein bisschen mager aus, halt. Da ist irgendwie... Doch, das frisst doch gerade die... Guck mal, wie gut das aussieht. Aber einer... Es sieht so süß aus. Da fehlt irgendwie so... Links, rechts müsste so ein Stapel an Früchten liegen. Junge, ist das richtig süß, ne? Wie glücklich das guckt. Ja. Aber das ist... Das ist... Hättest du vielleicht dein Relaxo-T-Shirt anziehen sollen. Warte, ich... Wer verpasst? Ich muss einmal abstimmen, ja. Zorro-Mod wegnehmen, ja. Du verlierst doch... Du verlierst tatsächlich Mod bald, ne? Okay, jetzt kannst du weitermachen. Jetzt kommen die wichtigen Dinge. Okay, das ist jetzt das vorletzte. Aus dem Display. Okay. Okay, das ist süß. Auch wenn wieder der Hintergrund aussieht, als wenn der Magic Maschumus nimmt und so. Ja, ich wollte sagen, ich finde das nicht so hübsch irgendwie. Das Deden ist auf einer niedlich, auf der anderen Art... Ich mag den Style nicht so, wie das gemacht ist. Ja, das ist auch wieder viel zu bunt, ne? Wie beim anderen gerade. Der Vogelprofi, ja. Genau, der Vogelprofi. Hauptsache, die fetten Vögel, so ein... Keine Ahnung, was weiß ich. So ein Taubos, so ein riesiges. Erstmal so ein kleinen Käfig-Ramm. Vogelfreundlich. Bumlo. Auf geht's. Da muss... Da muss halt... Wir müssen einen Glorak kriegen. Wenn wir keinen Glorak kriegen, dann... Dann kotze ich. Dann kotze ich. Dann ist ja halt richtig bitter, ne? Andere kriegen aus einer Box irgendwie fünf Gloraks. Ja. Oder aus zwei Boostern. Jetzt mach, komm jetzt. Oh, Kramor ist cool. Ah, das ist dieses Kramor-Express-Tal. Flugtaxi, guck mal. Ja, ist geil. Och, wow, junge Kyuubi Nummer zwei, alter. What the hell? Übrigens, das ist einfach so Tischtuch, ne? Ich hab so halt schwarze Unterlage und das... Das flackert halt so. Auf dem Hintergrund, dann haben wir so Tischtuch. Lügt doch nicht, wir wollten Schach spielen. Raupi. Junge Pikuda, alter. Es gibt schon... Also wirklich, es gibt schon ein paar Pummon, die sind wirklich einfach... Keine Ahnung, ich weiß nicht was, warum. Also ich verstehe nicht, warum halt. Das ist ganz cool, so. Die Dukungard ist eins der neueren, das ist auch ganz geil. Das war auch schon die Rare, das heißt, hier aus der Box ist nichts. Kannst du mal die Box einmal, was war da jetzt alles drin? Aus dem ersten Display Case? Goldkarte, VMAX, Full Art. Eine wichtige X-Bart, sag ich mal, ne? Haben wir hier die nutzlose Finschleck-W. Noch eine Nintendo, einfach schon beide weiße. Und zwei, das ist halt schon fast einfach ein richtiges Display, ne? Aus 24 Boostern hast du sechs Stück bekommen. Das ist jedes vierte, plus noch eine Holo. Das ist geil, das ist wirklich gut. Es ist gut, also es ist Durchschnitt mit vier Stück, ist okay. Vier, fünf Pro, also vier, fünf Booster pro Hit, ist gut. Aber man muss bedenken, dazu war einfach eine Goldkarte, VMAX und sonst was. So was kriegst du normalerweise nur, wenn du ein Display kaufst, sagen wir mal so. Ja, deswegen halt. So, das ist wirklich echt ganz gut.